Ah 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 ich dreh gerade voll am Rad nein echt mal Leute was soll dieses Video mir hier darstellen? Ich werde es euch gleich zeigen. Okay genug der Schatz am Rand ich reg mich hier sowieso noch künstlich auf aber oh Mann wisst ihr YouTube hat mal wieder Scheiße gebaut. Diesmal nicht so schlimm aber guckt euch das mal an guckt euch das mal an. Ich bin eingeloggt ich bin wirklich eingeloggt mit meinem Account. Guckt euch das mal an. Okay, gut, null persönliche Antworten, aber fünf Video-Empfehlungen. Neue. Neue. Eine Video-Antworten. Gut, das könnt ihr nur verstehen, aber 40 Einladungen ist klar. Ich glaube, es ist auch rund 532 neue Kommentare-Kommentare. Und dabei habe ich nur mal hier drauf geklickt. Gut, das mache ich jetzt nicht. Vielleicht ist es dann weg. Ey, YouTube, was habt ihr da wieder für eine Scheiße gebaut? Das wird von Mal zu Mal. Naja. Nicht unbedingt immer schlimmer, aber, oh Mann. Guckt euch das an. 532 Kanalkommentare. Oh Gott, das ist doch wahrscheinlich mehr, als ich je hatte. Was heißt Kanalkommentare? Oh Mann. Das macht mich... Was ist... Oh Mann. Ich glaube, ich mache erst mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.